Wie verarbeite ich Formularantworten mit Power Automate automatisiert weiter? Sehen wir es uns zusammen anhand eines einfachen Beispiels an. Wir haben in diesem Beispiel ein Bestellformular, das wir per Microsoft Forms bereits erstellt haben. Das Formular wird von Bestellerinnen und Bestellern ausgefüllt und sobald eine Formularantwort gesendet wird, wollen wir mit Power Automate automatisch Prozesse anstoßen. Egal ob wir per Automate eine Teams-Nachricht erstellen wollen oder eine To-Do-Liste oder Excel-Tabelle füllen möchten, alles was wir per Power Automate ausgefüllt bzw. bearbeitet haben möchten, haben wir bereits erstellt und an der gewünschten Stelle gespeichert, bevor wir die Konfiguration in Power Automate beginnen. Wir rufen im Browser die Power Automate Plattform auf und wählen Erstellen aus. Dort wählen wir den automatisierten Cloud-Workflow aus und geben einen Namen für diesen Flow ein. Nun benötigen wir einen Trigger. In diesem Fall nehmen wir den Trigger Übermittlung einer neuen Antwort für Microsoft Forms. Jetzt können wir den Flow konfigurieren und wählen hier die Formular-ID, also den Namen unseres Formulars aus. Wir stellen einen neuen Schritt und suchen uns die Aktion für Forms aus und wählen Antwort Details abrufen aus. Nun wählen wir erneut den Namen unseres Formulars aus und in der Zeile darunter ID wählen wir den gleichnamigen dynamischen Inhalt Antwort-ID aus. Wir möchten, dass jede neue Formular-Antwort eine Nachricht in einem bestimmten Kanal erstellt. Wichtig ist, dass wir vorher den Teams-Kanal bereits erstellt haben. In diesem Beispiel haben wir in einem bestimmten Team einen Kanal Mobilfunk erstellt und in diesem Kanal möchten wir Nachrichten über Power Automate für jede neue Formular-Antwort erstellen. Wir wählen in Power Automate nächster Schritt und wählen dort für Teams die Aktion Nachricht in einem Chat oder Kanal veröffentlichen aus. Wir wählen aus, dass wir die Nachricht als Bot in einem Kanal erstellen wollen und wählen das gewünschte Team und den gewünschten Kanal aus. Jetzt können wir die dynamischen Felder aus dem Formular auswählen, um die neuen Nachrichten inhaltlich auszugestalten. Füllen wir zum Test das Formular aus und sehen uns die Nachricht im Teams-Kanal an. Das war es auch schon. So schnell haben wir Power Automate konfiguriert, um die Formular-Antworten als neue Nachricht in Teams zu posten. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. So schnell hab ich's mitmachen, was wir jetzt schon mal wieder auf das Tabiatisch Amendment notified. Deutschen